Ein herzliches Hallo von der Hohen Jagd. Wir befinden uns hier am Stand von AKGBO, GBO deutscher Hersteller von Zieloptiken und Ferngläsern. Wir haben hier einen Rangeguide 10x32 mit Entfernungsmesser. Der misst bis auf 2800 Meter auf gut bestrahlte Objekte, Rehe, Gams, Hirsche, Rotwild, Bäume können bis 1000 Meter exakt gemessen werden. Ungefähr Distanz plus minus 0,5 Meter. Er hat einen sehr leicht gutgängigen Mitteltrieb, automatische Helligkeitsverstellung, also je dunkler die Umgebung wird, desto dunkler wird die Anzeige. Hat natürlich einen Winkelmesser, macht vier Messungen in der Sekunde. Das ganze Gerät zum Toppreis von 999 Euro. Des Weiteren haben wir hier ein Zielfernrohr von GBO, ein 2-12x50, also Vergrößerungsbereich, zweifach bis zwölffach, mit einem schönen Glasfaserabsehen G4i, mit ganz feinem Leuchtpunkt, Magnesiumgehäuse, Aluminium, Abdeckkappen. Man kann das Gerät auf einfache Weise nullen. Man stellt es ein, setzt den auf 0 auf, schraubt den wieder zu und somit kann ich die Höhe mit einigen Klicks verstellen. Eine sehr straffe Klickverstellung. Automatischer Leuchtpunkt in acht Stufen, stufenlos verstellbar und das ganze zum Preis von 879 Euro. So, das war es von unserer Seite AK und GBO. Tschüss, schöne Messe, kommt bei uns vorbei und schaut die guten Optiken an. Danke. Ciao.